ein wunderschönes hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem kanal und diesbezüglich auch wieder an seinem computer mikrofon und nicht an der plässischen mikrofon gedöns headset was weiß ich und zwar wollte ein kleines thema ansprechen es hat sich ja gut es handelt sich jetzt nicht um ein info video bis das ist halt schon mal informiert als beides ein thema wollte ansprechen und zwar hab ich ein projekt geplant was jetzt zyklisch wiederum so abgeht der projekt geplant und ich suche halt nur andere youtuber wie zum Beispiel jemanden klein youtuber wird die youtube oder berühmte youtuber scheißegal ob ihr 50 tausend millionen 10 millionen scheißegal wie wieviel und hätten ihr habt ich mich einfach ein projekt machen als community gemeinsam klar und mit klar und wird auf dem projekt ausprobieren und dann holt mit euch gemeinsam Spaß haben beim auf es ist mir egal wie viele sind es mir auch egal wie viele abonnenten ihr habt alles was ich haben möchte ist dass wir gemeinsam ein projekt starten und es den leuten halt gefällt und ich suche halt jetzt noch youtuber die mitmachen wollen spiele herr technisch ist scheißegal was wir machen wir können minecraft wir können rainbow wir können auf duty wir können alles möglich spielen was auch immer hauptsache wir sind gemeinsam dabei und machen die videos und dann wird das projekt so ablaufen youtuber 1 macht die erste folge youtuber 2 macht die zweite folge youtuber 3 macht die dritte folge und so weiter je nach youtube sagen wir haben fünf youtuber dann geht das so youtube 1 macht die erste folge youtuber 2 macht die zweite folge youtuber 3 macht die dritte folge und so weiter und wenn dann jeder einmal aufgenommen hat, geht es wieder von vorne los, dann fange ich zum Beispiel wieder an mit der 10. Folge oder was weiß ich beispielsweise und die Folgen werden dann wahrscheinlich auch auf jedem YouTube-Kanal hochgeladen Folge 1 von mir zum Beispiel dann, nur als Beispiel werde ich ein Video machen mit den Leuten und das Video erscheint dann auf den ihren Kanal in die Playlist und auch auf meinem Kanal in der Playlist am nächsten Tag macht dann der andere wieder ein Video auf seiner Playlist und das kommt auch auf meine Playlist und das geht dann die ganze Zeit so weiter. Ich möchte ein Projekt starten, wer Lust und Laune hat, kann sich gerne bei mir melden, kann man sich gerne bei uns melden, je nachdem Wer Lust und Laune hat, wie gesagt, melden, würde mich freuen, wenn ihr beim Projekt mit dabei sein wollt Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer dass wir auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten sind, wie ich es gut feststellen kann Wird geil, auf jeden Fall Und, ja, seid dabei, meldet euch, wer damit machen möchte bei der YouTube-Projekt-Community Das war doch noch was durch которые,ического male mhrabu Geschichte Und, ja, mash mir mit Hilfe Das war doch noch alles gleich